Boah, ist das eine Zeitlupen-Action hier. Autsch, nein, fuck. Zero muss jetzt ran. An den Speck hier, an dieses Vieh. Na komm schon, zeig uns was geht. Ah, Mist. Jetzt aber gleich müsste ich ihn wieder kriegen. Gleich müsste ich, wehe nicht. Da, jetzt hier, hier hab ich einen Vorteil. Nein, ich krieg ihn nicht. Ich hab ihn noch nicht gekriegt, mein ich. Oh, er muss doch endlich mal kippen. Na komm. Stirb doch endlich, du scheiß Vieh. Oh nein, ich hab's verd... Oh nein. Verdammte Scheiße, das war doch am Anfang so gut. Eigentlich bringt's nichts, hier einen Retry zu opfern. Hier gibt's einen ganz einfachen Trick. Raus aus dem Level, weil man muss es eh neu starten. Wenn er jetzt... Ach, nee. Ich start's neu. Ja, sorry. Ich könnte ja eigentlich so fair sein und meine Retries auch verwenden, aber ich hab normal nicht... Ich hab keinen Metal-Scheißer. Hä? Also keinen, der mir Metalle macht. Nicht, dass ich jetzt irgendwie... Dass ich irgendwelche Fans mit gewisser Musiken beleidigt fühlen. Ich steh auch auf Metal, also... Ja. Bloß nix Falsches denken. Und jetzt will ich den gefälligst. Ich will ihn im Staub liegen sehen. Ganz bestimmt will ich das. So, und jetzt. Diesmal kriegst du ihn. Ah, fuck. Das hätte ich nicht tun sollen, vielleicht. War nicht so gut geplant. Ja, so. Leave it to me, leave it to me. Ich glaub, der Weapon-Converter wär doch nicht so schlecht gewesen. Aber ich will dann nicht alles für Waffenenergie ausgeben. Ganz ehrlich. Ich brauch die dann nicht mehr. So sehr. Wann brauch ich mal Waffenenergie in diesem Spiel? Äh. Ja, los, drauf. Immer drauf auf den... Auf den Scheißer hier. Tjum. Ach, komm. Mach's mir nicht so schwer. Pickle Fire! Äh. Oh Gott, jetzt holt er wieder seine Freundchenes raus. Autsch. Na komm. Nein! Ah, Bombe. Ich hasse es. Na. Na, Mann. Mir reicht's. Ehrlich. Ganz doll. Und mein Ex ist bald weg. Also, mein... Mein Ex ist bald weg. Aha. Äh, ja. Das war jetzt... Ich weiß auch nicht. Das war nicht so gesagt, wie... Äh, so gemeint, wie ich's gesagt hab. Äh, psa. Zack. Ja! Durchge... Aber, ne. Bringt nisch. Äh. Mann, das ist so unfair, Alter, alles. Ich glaub's nicht. Und vor allem, es geht so langsam. Und es bringt mir trotzdem nix, dass es so langsam ist. Na, los jetzt. Los jetzt. Mach hinne. Äh, ich will ihn nochmal treffen hier. Wenn's geht. Nein, tu ich nicht. Nö. Darf ich nicht. Äh, ach, Mann. Da wär ich jetzt nicht rangekommen, ohne Schaden zu nehmen. Und wenn ich Schaden nehme, wär ich langsamer. Also, bringt nischt. Oh. Nein, da komm ich nicht ran. Äh. Autsch. Na komm. Es ist so scheiße, dass das so rot leuchtet. Das sieht so eklig aus. Äh. Das ist... Oh, nein. Da ist mir was in die Seite gerammt. Ich mach's so. Da ist mir ein Auto in die Seite gefahren. Oh, das tut doch weh. Das bringt doch nix. So, krieg ich noch irgendwas raus. Äh. Mach ich... Gebe ich ihm halt hier auch noch ein Weapon ab. So. Jetzt aber. Ich hasse diese Stage, denn sie kackt ab, ey. Das ist so ne Kack-Stage. Ehrlich. Die sollte von niemandem gemacht werden. Ich weiß nicht. Ich glaub, das ist so ziemlich die schwerste Stage auf Hard, die ich in dem Spiel mir vorstellen kann. Naja, neben der, ähm, Avalanche Yeti Stage. Aber die kommt später noch. Die ist auch nicht schön. Und los. Und los. Au. Das ist so scheiße. Mann, warum hat der mich jetzt getroffen? So, jetzt zieh drauf. Zieh drauf. Schieß. Und. Oh, oh. Das wird nischt. Oh, Mann. Das wusste ich. Autsch. Langsam ist gut. Aua. Oh, cool. So. Autsch. Autsch. Nein, aua. Das reicht. Das reicht völlig. Ah, so. Ja, irgendwann ist dann mein Bonus, den ich mir holen konnte hier, also an Upsa. Ah, Mann. Ah, was? Wie bitte? Mir ist schon wieder einer an die Seite gerast. Ich glaub's auch. Oh. Nein. Oh, mhm. Ich hasse dieses Vieh. Ich hasse es so. Ah. Ah, mach doch, was du willst. Hauptsache, du machst das nicht mit mir. Ja, ich seh den nicht mal mehr. Mann, bin ich lahm. Leave it to me. Leave it to me. Ja, das wird schon wieder nischt. Erste Runde um und ich glaub, er brennt noch nicht mal. Ach, ey. Das kann ich gleich vergessen, glaub ich. Das ist so. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich, ich würd am liebsten schreien. Aber ich schreie nicht in der Öffentlichkeit. Ah. Nee. 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 Ich weiß, ihr wünscht euch das. Und gleich bin ich eh tot. Dann kann ich schreien. Mh. Da, tot. So. Böse. Mh. Mh. So. Ja, ich will immer noch. Ich bin immer noch zu geizig für Retried Chips. Ah, ey. Es muss so eine Möglichkeit geben. Es muss. Aber was für eine. Mann. Nochmal. Stage Select. Gut spielen wär ne Möglichkeit. Ja, dat wär toll. Das wär super. Oder weniger reden. Aber ich will nicht weniger reden, weil... Das ist ein Let's Play. Wie gesagt, wenn ich nicht rede, dann könnte ich auch Walkthrough drüber schreiben. Äh, das... Naja, Walkthrough mit ganz vielen Toden, meine ich. Also, da müsste ich meine ganze Tode rausschneiden, aber... Äh. Wie auch immer. Das will ich nicht. Das... Das ist nicht mein Niveau. Mein Niveau ist... Schreien. Äh. Au. Äh. Warum? Bam. Jetzt mach ich dich platt, Alter. Autsch. Na komm. Nein. Verdammt. So, jetzt... Oh, er brennt schon. Na, aber jetzt hab ich ihn verloren. Und zack. Jetzt komm. Jetzt muss ich mich nur noch treffen mal. Ab und zu. Ja, ich treff dich. Ja. Komm. Lass mich dich treffen. Ah, jetzt. 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 Stirb doch endlich. Oder mach was. Ja, er ist gleich soweit. Ich glaub, er ist gleich soweit. Nein, ich hab daneben... Ich hab... Ich hab's verfehlt. So, ich geh jetzt mal wieder auf X. Und gucke mir das an. Wie das wird. Ich glaub, das wird noch eine richtig kranke Scheiße hier. Es wird knapp. Wenn er jetzt wieder abhaut. He, 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 he. Hu, ha, hu, ha, hu. Was macht der denn für Geräusche, Alter? Das ist doch... Ey. Das ist doch krank. Ah, Mist. Und jetzt ist er wieder ein Stück weit weg. Jetzt muss ich erst wieder zusehen, dass ich das schaffe, den zu kriegen. Am besten, ich lass jetzt erst mal... Ich lade jetzt erst mal nur auf. Ah, scheiße. Wenn ich den aufladen könnte. So. Nochmal aufladen. Nein, daneben. Da getroffen. Okay, jetzt hole ich mir Zero und lade ihn auf. Und dann komme ich vielleicht wieder ran. So. Jetzt. Moment. So. Und... Dash. Und nochmal Dash. Zack. Zack. So schnell wie geht. Ran. Ran an das Vieh und schießen. Mehr nicht. Nein. Daneben. Daneben.